ja ein herzliches willkommen auf meinem kanal hier ist für euch wieder der torsten wir machen heute mal wie schon gesagt mal was ganz anderes mal ein unboxing video genau und zwar habe ich gerade dieses paket hier bekommen und will mal sehen wie ich da am intelligentesten dran komme wir wollen ja nichts kaputt machen und daher fahre ich einfach mal mit dem dicken fetten scharfen messer hier drunter das sieht nicht sehr intelligent aus aber was soll es letztendlich zb reinigen doch jetzt wäre fast der finger unab gewesen ich denke mal wir werden dieses hier alles aufmachen müssen da wäre auch ein aufreißdings gewesen okay das nehmen wir mal raus und was haben wir hier schönes ist das schwer so kiste weg ein schickes s8 plus ja nette verpackung european sim card only meinetwegen ist ja alle schick so wir holen das ganze ding mal raus die box ist auch sehr schön muss man sagen okay ich würde sagen wir schneiden das einfach hier durch oder so ganz nice und vorsichtig hier so durch so geht das und schon können wir das gute stück öffnen ja mensch eiskalt ich glaube bevor wir das anschmeißen muss das erstmal raumtemperatur nehmen was auf jeden fall gleich mal auffällt mal abgesehen von den folien hier sind irgendwie überhaupt keine tasten drauf könnte lustig werden hier die verschiedenen sensoren der blitz die kamera okay wir packen sie mal darauf gucken was noch schönes drin ist hoppala so hier der obligatorische stift um den sim kartenslot aufzubekommen kennen wir schon vom s6 und s7 hier ist so allerlei papierkram den sowieso kein mensch liest also ich nicht ich denke mal in diesem fall werde ich es eventuell weil auch schon etwas älter aus weil ich natürlich irgendwie meine daten vom alten auf das neue handy bekommen muss oder will oder wie auch immer wir wollen mal gucken so geht der mist da nicht wieder hin menschenskinder gut ähm ja ich kann besser ets fahren anstatt unboxing videos machen warum gehst du da jetzt nicht rein verdammter driss was ist denn das hier für eine logik machen wir es eben hierzu schieben was er von einer anderen seite aus rein ist ja auch kein problem ja ich weiß gar nicht das offizielle erscheinungsdatum ist glaube ich guck mal so rum geht es glaube ich der 29 oder 28 was aber noch wir haben das netzteil diesmal im schicken schwarz wir haben verschiedene adapter von denen ich im moment noch nicht weiß wofür sie gut sind wir haben das ladekabel wir haben was ist hier drin ob rüppel für die für das headset und hier ist das headset selbst ja akg und so ist es draußen mal gucken wie die stecken hier ist es ganz normal gummi sage ich mal gummi umwandlung der rest hier ist hier schon so eine richtig schicke und vernünftige stoff umwandlung ja sehr cool mehr ist nicht drin ich werde das gerät jetzt ein bisschen anwärmen lassen das ist wirklich eiskalt und dann schauen wir mal ich glaube dieses e-mail ding das werde ich auch ab machen das sieht nicht so schick aus und dann wollen wir mal schauen was das ding bringt also im vergleich zu meinem alten ist es doch schon um einiges länger und größer und das wird auch in meine handyhülle nicht reinpassen das werde ich dann auf jeden fall noch mal regeln müssen so jetzt wisst ihr wie das s8 plus aussieht sehr rund aber es liegt trotzdem es liegt gut in der hand schön ich freue mich jetzt wisst ihr wie das s8 plus aussieht was dabei ist ich bedanke mich fürs zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen tag ciao 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 ciao